Claude A. I. war ein Franken-König aus dem Geschlecht der Merovinger. Leben Claude A. I. war der jüngste Sohn des Franken-Königs Claude Vichy und der Königin Crotschalt. Von seinen drei älteren Brüdern stammte der älteste, Teuderich I., aus einer unehelichen Verbindung. Die beiden anderen, Clodomer und Schalthebert I., stammten aus der Ehe mit Crotschalt. Bei der Reichsteilung nach Claude Vichs Tod 511 erhielt Teuderich den weitaus größten, Claude A. den quantitativ geringsten der vier reiche Steile, der jedoch die alten Salis-Tchent-Stammlande einschloss. Dieser umfasste So Assange, Laon, Nuyon, Combré, Tournai, Verouen, Arras, Tongarin und Maastricht. Claude A. residierte in So Assange. Er erhielt ebenso wie seine Brüder sowohl einen Teil von Clodwigs ursprünglichem Reichsgebiet zwischen Rhein und Leuere als auch einen Teil des von Clodwig erst später eroberten Aquitanien. Claude A. griff zusammen mit seinen Brüdern Clodomer und Schalthebert 523 Dekasekundenreich der Burgunden an. Nachdem Clodomer 524 im Burgundenkrieg gefallen war, teilten die drei überlebenden Brüder sein Reich auf. Wobei Clotha Turs und Poitias erhielt, die definitive Aufteilung scheint allerdings erst einige Jahre später um 532 erfolgt zu sein. Clotha heiratete Guntheuka, die Witwe Clodomas. Guntheuka hatte drei unmündige Söhne aus ihrer Ehe mit Clodoma. Von diesen ermordete Clotha die beiden Älteren im Einvernehmen mit Schalthebert, um ihre Erpannsprüche auszuschalten. Der jüngste Clodolt wurde für den geistlichen Stand bestimmt und damit regierungsunfähig, wodurch er dem Tod entging. Im Jahr 531 beteiligte sich Clotha am erfolgreichen Angriff seines Halbbruders Teuderichy auf das Reich der Thüringer. Nach dem fränkischen Sieg an der Unstrut kam es bei der Beuteteilung zu einem Konflikt zwischen Clotha und Teuderich um die gefangene thüringische Königstochter Radegunde, die Clotha in seine Gewalt brachte und später heiratete, um sich dadurch Erpannsprüche zu sichern. Radegundes Bruder, den einzigen männlichen Überlebenden des thüringischen Königshauses, ließ Clotha ermorden. Nach der Vernichtung des Thüringer Reichs kam Thüringen allerdings in den Machtbereich Teuderichs. Clotha erhielt nur einen Anteil der Beute. Ein Mordanschlag Teuderichs auf Clotha schlug fehl. Ein Jahr später, 532, griff Clotha erneut zusammen mit Scheiltebert das Burgundenreich an. Die Burgunden wurden bei Ute besiegt und ihr Reich 532 bis 534 vernichtet. In der Endphase dieses Krieges beteiligte sich wohl auch Clothas Neffe Teudebati, der Sohn und Nachfolger des 533 gestorbenen Teuderich. An den Kämpfen, jedenfalls wurde er 534 bei der Aufteilung des eroberten Gebiets berücksichtigt. Clotha erhielt nur den äußersten Süden des Burgundenreichs. Nach dem Tod Teuderichs hatten Scheiltebert und Clotha vergeblich versucht, Teudebert aus dem Weg zu räumen. Als das Misslang, verbündete sich Scheiltebert mit Teudebert und adoptierte ihn. Dadurch wurde Clotha isoliert. Ein gemeinsamer Angriff Scheilteberts und Teudeberts auf Clotha wurde aber abgebrochen. Es kam zu keiner Entscheidung. Im Jahr 541 griffen Scheiltebert und Clotha gemeinsam die Westgoten an. Das fränkische Heer überschritt die Pyrenäen, konnte aber Saragossa nicht einnehmen. Der Feldzug war ein Misserfolg. Nach dem Tod Teudeberts trat dessen Sohn Teudebalt die Nachfolge an. Als Teudebalt 555 kinderlos starb, konnte Scheiltebert das Erbe des Sohnes seines Adoptivsohns nicht in sein Besitz bringen. Vielmehr kam diesmal Clotha zum Zug, dem es gelang, sich mit der Witwe Teudebalts der Langobardienwalderada zu verbinden. Clotha konnte sich das gesamte Reich von Reims, das größte der Merovinger Reiche, aneignen und Scheiltebert ging leer aus. Diesen Herrscherwechsel nutzten Sachsen und Thüringer zu einem Aufstand, sie wurden aber nach wechselhaften Kämpfen 556 von Clotha bezwungen. Eine große Gefahr für Clotha war der Aufstand seines Sohnes Kram, den er zum Unterkönig in Aquitanien erhoben hatte. Kram verbündete sich mit Scheiltebert gegen sein Vater. Scheiltebert starb jedoch 558 und da er keine Söhne hatte, konnte Clotha sich das Reich Scheilteberts aneignen. Darauf unterwarf sich Kram. Damit konnte Clotha das gesamte Frankenreich unter seiner Herrschaft vereinigen. 560 erhob sich Kram erneut, wurde aber rasch besiegt und getötet. 561 starb Clotha in Compiègne. Er wurde in der Kirche des von ihm gegründeten Klosters Saint-Médard in So Assange begraben. Die wichtigste Quelle zu seinem Leben sind die Historien des Gregor von Thurs. Familie Die Reihenfolge und Chronologie der Ehen Clothas ist nicht gesichert, er hatte gleichzeitig mehrere Gemahlinnen bzw. Konkubinen. Seine erste Gattin war Ingund, die er um 516 heiratete. 524 heiratete er Guntheukar, die Witwe seines Bruders Clodoma, nachdem er die Verbindung mit Ingund gelöst hatte. Später kehrte er, vielleicht nachdem Guntheukar gestorben war, zu Ingund zurück. Außerdem war er, als Ingund noch am Leben war, mit deren Schwester Arne Gunde verheiratet. Arne Gunde ist besonders durch ihr 1959 gefundenes Grab bekannt. Wohl um 540 heiratete er die nach dem Sieg über die Thüringer 531 gefangene Rade Gunde ist eine Tochter des Thüringer Königs Bertacher. Später wurde diese Ehe aufgelöst und Rade Gunde gründete das Kloster Saint-Croix in Poitiers, in das sie eintrat. Eine weitere Ehefrau hieß Chunsine. Außerdem heiratete Cloday auch Valderada, eine Tochter des langgoberten Königs Wachow und Witwe seines 555 gestorbenen Großneffen Teudebald. Doch löste er diese Verbindung auf Druck des Klerus auf und gab Valderada dem Bayernherzog Garibaldi zur Ehe. Aus seiner Ehe mit Ingund stammen die meisten seiner Kinder, nämlich die Söhne Gunta, Chalterich, Charibad I., Guntrami und Sigiberti, sowie die Tochter Clodos Wind, die um 560 den langgoberten König Albuin heiratete. Aus der Ehe mit Arne Gunde stammte ein weiterer Sohn, Chilperich I. Von Chunsine hatte Clotha den Sohn Kram, der bei seinem Aufstand gegen den Vater ums Leben kam. Ein weiterer Sohn unehelich oder von einer unbekannten Gartin soll Gundowald gewesen sein, der später als Thronprätendent auftrat, obwohl Clotha ihn nicht als Sohn anerkannt hatte. Nach Clothas Tod teilten die überlebenden vier Söhne Charibad I., Kuntrami, Sigiberti und Schilperich I., das Reich untereinander auf.